Hallo Freunde der Spiekultur und willkommen bei Abonnent wünscht dir was. Ich wusste jetzt nicht wie ich es anders nennen sollte, wir haben auch schon ein bisschen spät, denn wir haben im Moment 3 Uhr morgens. Man kann es wahrscheinlich nachher nicht sehen, 3 Uhr 22 und ich dachte ich nehme das eben auf, weil sonst schaffe ich das nie irgendwo die ganzen Sachen aufzunehmen. Vor allem wo ich mal eben kurz was erkläre. Und zwar geht es darum, ich habe mir gedacht, jetzt muss ich den Kalender aufklicken, sonst weiß ich nicht wie ich es erklären soll. Ich habe mir gedacht, ihr als Abonnent schmeißt mir jetzt einfach in die Kommentare Spiele, die ihr gerne sehen wollt, dass ich die let's playe. Ich mache daraus eine Liste bis zum 15., also bis zum Mittwoch, wo ihr dann diese Spiele in einer Voting-Liste finden werdet. Dann könnt ihr voten auf diese Liste, auf die Spiele. Jeder Hida Yosa darf übrigens so viele Spiele reinschmeißen, wie er will. In diesem Voting wird es dann laufen bis zum 22. Januar. Am 22. Januar, dann ist das Voting zu Ende. Dann wird der Gewinner von diesen Spielen bekannt gegeben, der hier auf dem Kanal als Let's Play anfängt. Und am 27. Januar wird dann dieses Let's Play starten. Kriterien dafür, welche Spiele hier rein können. Zum einen muss das Spiel natürlich bis zum 27. Januar released sein. Es muss existieren. Zum anderen sollte es nicht Minecraft sein. Das ist wirklich, das muss ich ganz oben in die Regeln reinpacken. Denn Minecraft ist wirklich kein rotes Tuch, muss ich sagen bei mir. Ich habe es ab und an immer gespielt. Aber wenn, dann würde ich bei Minecraft in das gestrandene Projekt von GameStar mit einsteigen, wo ich eh irgendwann einsteigen werde. Ich werde mich da schon ein bisschen belagert und belabert von Leuten, dass ich das mal mache. Aber ich bin halt nicht so der Minecraft-Fan. Dann muss ich sagen, also wenn es Endlosspiele sind, wird das Spiel maximal so lange gespielt, bis das nächste rauskommt. Also beziehungsweise regelmäßig gespielt, bis das nächste Spiel gewinnt. In diesen Votings, weil das wird sich jeden Monat wiederholen. Und last but not least, wenn es wirklich so richtige Brocken-Titel sind, die 100 Parts oder mehr haben, kann es auch sein, dass das für einen Monat dann ausgesetzt wird mit Wünsch dir was, weil ich dann noch den alten Titel so lange weiterspielen muss. Bis ich halt irgendwann durch bin oder fertig damit. Ich würde ungern solche LPs abbrechen irgendwann, weil, ja, ist so. So, das alles zu diesem Thema. Ich freue mich auf eure Kommentare, wo ihr die Spiele reinpfeffert einfach. Als kleiner Anreiz gebe ich euch mein Steam-Profil. Das steht dann hier drunter und in der Beschreibung. Bitte nicht jeder eine Freundesanfrage setzen. Ich kann nicht setzen, also beziehungsweise schicken. Ich kann nicht 8 Millionen Freunde in Steam haben. Es ist inzwischen wirklich schon sehr unübersichtlich geworden. Und könnt dann nämlich in meiner Spieleliste gucken, da schon mal. Vielleicht interessiert euch davon was von den Spielen, die ich jetzt schon habe. Es müssten bei Steam 460 irgendwie um den Dreh sein. Und nein, es kommt nicht nur von Let's Plays. Als ich angefangen habe mit LPs, hatte ich schon 300 Spiele bei Steam. Das ist ja jetzt, lass mich nicht lügen, 12, 13, 15 Monate. 15 Monate sind es, glaube ich, nicht gewesen. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen was her. So, das alles hierzu. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder am Mittwoch, wo dann gesagt wird, welche Spiele da sind und wo ihr dann voten könnt. Und bis dahin sage ich, gute Nacht, denn ich gehe jetzt schlafen. Bis dann, euer Doc. Ciao.